Dann hilft nur eins, würde ich sagen, ne? Dann hilft nur eins, wie wir es rausfinden. Um deine Frage etwas genauer zu beantworten, wie es mir geht, um ehrlich zu sein, zurzeit bin ich von der ganzen Familie etwas besorgt. Meine Mutter hat heute Morgen anrufen im Krankenhaus erhalten. Oma hat... Ach, du Heilige. Das ist natürlich mächtig hier weitig, Egon. Ja, dann drücke ich euch mal ganz, ganz doll die Daumen, dass die Oma da schnell wieder die Kurve kriegt aus der Spirale. Dann seid ihr jetzt wahrscheinlich dauerhaft bei ihr, immer im Schichtdienst. Denke ich mal, ne? Also. Ach, meine Fertigkeit reicht nicht, okay. Das Schmied ist... Ach, ich hatte noch einen kleinen Schneider-Set. Lol, okay. Wie viel Geld habe ich jetzt? Zweieinhalb, okay. Also, ich kann nur sagen, meiner Oma ging es mal ähnlich, nicht so krass wie bei dir. Aber wir haben sie dann mehr oder weniger wieder aufgepeppelt, indem wir uns wirklich so eine Art Schichtplan gemacht haben in der Familie. Wer sie wann besuchen geht, sozusagen, damit sie halt A nicht alleine ist, um Scheiße zu bauen. Und man vielleicht auch den Grund, den sie selber sieht, vernichten kann. Phoebe, Hallöchen. Hi. Hi. Oh, ja, 300 Kilometer Entfernung ist natürlich krass, ja. Ja. Mach ich hier. So. So, was wollte ich jetzt? Warum reite ich jetzt hier lang? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Ah, doch, doch, doch. Ich weiß es wieder. Es gibt nur eine Sache, das herauszufinden. Wie das mit dem Sprinten funktioniert. Nicht zu danken. Da wirst du doch, Cookie. Was sowas angeht, kannst du mit mir da immer reden. Jetzt nur im Stream ist dann ein bisschen... Naja, ein bisschen komisch, ne? Aber meine Nummer hast du ja. So, Kumpel, ich bin wieder da. Ich weiß die jetzt nicht an so gut. Oder? Bist du wieder heile? Ja, doch mal noch ein paar ordentliche Schrammen. So, wir haben mal von Theresa ein bisschen Schnaps gekriegt. Wenn wir nochmal... Nochmal speichern. Und üben jetzt das Ran... Äh, anrempeln. Nicht ranämpeln. Übung mit echten Waffen. Ich möchte üben. Ja, mit einem... Lassen. Mit... Bastardschlepp. Ich könnte... Fotze! Selber! Was ist los? Komm schon! Au! Komm her, du! Oh! So. Gehen sie weg. Hier, gehen sie weg. Und ich komme gleich wieder. Ach, komm schon! Ich habe gerade eine Kombo hingekriegt. Wow! Eine zufällige. Oh, schön gekontert. Ach, komm schon! Ich weiß nicht, warum. Ich drücke dann immer die Leertaste und springe damit automatisch. Selber. Nein, habe ich nicht. Warte mal. Da kann ich aber auch. So. Okay. Das nennst du kämpfen. Ach! Fuck! Versinnlich. Steamlayer geöffnet. Das mit den Armrenpeln? Keine Ahnung, wie das gehen soll. Ich renne voll gegen ihn. Es passiert nichts, ne? Das Lava nochmal, Leute. Ja, glaube ich, der Große, glaube ich, der Große, glaube ich, der. Da hilft natürlich zocken, Arbeit und mit Freunden reden. Sorry, Neo, oder not sorry? Ja, meine Überlegung war auch gerade, ob ich mir unten einen Bauern schnappe und das an dem probiere. Aber auf der anderen Seite, anrempeln sollte ja immer gehen, ne? Hätte ich gedacht. Guck mal, da ist ein Bauer. Moment. Definitiv not sorry. So. So, komm, lass mal hier. So, willst du dich mal anrempeln? Warum flackert das denn immer so? Verliere ich da kurzzeitig die Connection, oder was? Ihr habt das jetzt auch im Stream gesehen, oder? Als ich neu geladen habe. Ich habe es auf dem Bildschirm nicht, aber bei euch im Stream ist das ab und zu mal am Flackern. Und ich verliere dabei auch ordentlich Frames. Komisch. So, wartet mal kurz, Leute. Wir gehen mal kurz in SturTV. Ach, ich glaube, ich weiß, warum es flackert. Ey, alter, was mit dir nicht in Ordnung? Ich war am Frühstück kochen. Schwillst du? Ich habe das nur so eine halbe Rüstung wegen dir. Der gehört mir. Du, blöde, hat's auch. Die Rüstung, war, teuer. Aua, meine Ohren. So, Scheuung. Alle Inskalation. Gibt es eigentlich einen Bonus, weil man 1000 Punkte zu viel hat? Also an deiner Stelle. Nein. Das Glück nicht herausfordern. Nein. Ich habe die Worte, dass sie gedrückt. Nein. Ah. Shit. Ah, Hochmut kommt vor dem Fall und so. Ich habe wieder auf F gedrückt, nicht auf Q. Ah. Wie doof. Wenn er mich jetzt besiegt, ne? Spiel ich es nie wieder. Wenn? Alkoholfrei. Nee, da ist, äh, in meinem Crew-Kasko ist immer Alkohol drin. Immer. Tatsache. Ah, mancher wieder runtergerutscht. Ah, mancher wieder runtergerutscht. Matthias hat gerade mal geschaut wegen Paisern, aber geht nicht. Sag mal, will der Typ mich verarschen? Dabei doch der Rat, wo Calvin ist. Äh, wurde? Nee. Und am Haus wieder. Weiß eigentlich jemand, wie das geht, dass der Calvin die Sachen ins Lager lädt? Du musst schon mal in der Nähe sein, Alter. Danke. Wir müssen hier drin, ich mache jetzt um. Nee, nee, warte mal, ich muss mal den Typen hier grabbar. Ach so ein Gruß. Tomisierte, ey. Ey. Ich weiß nicht, was ihr da für Spielchen macht. Haare schneiden. Das ist ja gar nicht. Das ist mal an. Das ist mal hier. Ganz gut, bin ein bisschen, äh, ja, angeschlagen. Aber ansonsten, alles fit, danke dir. Ja, ja, so geht's auch rum. Danke. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Wie geil. So, da sind wir wieder, Leute. Also, ich habe jetzt A, tatsächlich mal gegoogelt einfach. Auf Anhieb nichts gefunden. Lediglich, äh, hier ist dein ganzer Skillbaum. Das kannst du alles gewinnen in dem Spiel und bla bla bla. Es ist mir aber halt noch eingefallen. Mensch, guckt doch vielleicht einfach mal in die Steuerung. Vorher sage ich euch aber erst mal, macht mir das mit dem Rauch nicht nach. Ist sowieso ungesund, unteuer und ich habe ein extra Emote. Äh. Moment. Hab dann jetzt da nachgeguckt, finde auch keine extra Taste fürs Anrempeln. Was ich aber gefunden habe, ist Spezialangriff F und Angriff Abbrechen E. Die haben aber beide noch eine andere Funktion. Und Sekundärangriff nochmal. Achso, nee, rechts, okay, nee. E und F haben auch nochmal zusätzlich, äh, das mit dem, das eine war Waffenskill und das andere war Stärke. Mit dem Gerangel. Wenn, wenn man halt so ein Kräftemessen macht. So, für nächster Gegner muss ich ja auch immer nochmal. Ach, Zielfokus beenden ist einfach nur die mittlere Maustaste. Okay. Hm. Kann es sein, dass mit Anrempeln nicht gemeint ist Sprinten und Anrempeln? Ach, Quatsch, bei Stärke war das, ne? Äh, Wildschwein. Wenn, die beim Spoten anrempelst. Walsche Waffe. Walsche Waffe. Walsche Waffe. Was? Du steckst die Waffe besser sofort weg, sonst setzt's zwar. Was, wenn nicht? Du Hurensohn. Selber. Tschüss. Sollte der nicht eigentlich tot sein? Oh, neuer Move, den kannte ich doch gar nicht. Oh, hi. Warte mal. Ganz kurz. Moment. Selber. Hi. Nicht aufgepasst. Es fing gut an. Es fing gut an. Ich will's nur gesagt haben. Es fing gut an. So. So. Aua. Warte, ich war noch nicht so weit. So. Jetzt gehen wir mal vom Pelz. Ich will dich anrempeln. Du hast mir vom Pelz, den hat gesagt. Ich bin hier drüben. Ja, dann komm mal her hier. So. Äh? Was war denn das jetzt? Ich wollte dich anrempeln, Mann. Erfolg auf die Ausdauer, natürlich. Muss ich denn anspringen? Hey. Soll das gehen? Oh. 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 Warum steckt er denn die Waffe weg? Warum steckt er denn die Waffe weg? Warum hat er denn jetzt die Waffe weggesteckt? Jetzt zieh deine Waffe, Heinrich. Ich hab gar nicht, ob die eins gedrückt. Ach. Ich habe null Ahnung, wie das gehen soll. Was ist mit dem anrempeln? Null Ahnung. Und wie wir gesehen haben, die Jungs hatten nicht eine schwerere Rüstung als ich. Zumindest keine bessere, sag ich was so. Die meisten ihrer Hiebe haben mir gar nichts getan. Na gut, machen wir mal eine Patrouille. Ach, warte mal. Habt ihr mir jetzt die Ohren schon verkauft hier auf dem Safe? Ja, ne? Ja. Ja. Kater. Da Patrouille. Und kann ich auch so hinreiten. Hab ich wieder Pfeile? Hab ich Pfeile? Generell? Allgemein? Was wir die brauchen gleich? Oh! Ich hab sogar noch ausgeliehene Pfeile. Ich weiß gar nicht, wo die herkommen. Den hier auch, für den Pfeiler, dass wir einen Klöppel brauchen. Was mir jetzt aber aufgefallen ist, gegen normale Gegner bin ich verdammt schnell gewesen, ne? Mit dem Zuschlag, mit dem Schwert. Ohne Schild, Robin. Ohne Schild. Ja. 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 Das ist die Krux an der Sache. Damit kriegen wir auch die Geschwindigkeit. Den Schild hab ich ja sonst eigentlich nur genommen, wenn helle Badenträger dabei sind. Weil das halt dann weniger Ausdauer gekostet hatte. Das hat man einfach mal ausprobiert. Und... Ja. Wenn Schützen dabei sind. Generische Schützen. Das macht einfach zu sehr Spaß. Ja. Magische Pfeile waren das, genau. Neo. Das waren magische Pfeile. Die sind einfach so in meinem Inventar gedroppt. Äh... Über die Brücke, oder? Ja. Alter, wie gut das jetzt aussieht. Es sah ja vorher schon schön aus, ne? Oh, es regnet. Lol. Hm. Gut. Ja. Reitungsgill. Gucken wir doch mal. Mmh. Ja, hätte ich das damals schon gewusst, ne? Hätte ich nicht Rennpferd genommen, aber okay. So. Damit sollten wir doch nie wieder vom Pferd fliegen, außerhalb vom Kampf. Ja. So. Die Jungs waren irgendwo da drüben. Wow. Moment. Mit Leuten wie euch muss ich reden. Hallo. Er will nicht handeln. Tschüss. Bei einigen Karten hat mir Neo geschrieben, Wanderer. Denen man zufällig begegnet. Aber nicht wie. Ob sie es im Inventar haben, ob man es kaufen kann. Ich warte nicht, Herr Wachmeister. Der lag schon tot hier, als ich gelangt geritten bin. Ich schwöre. Ich will mit dir reden. Ich auch. Ich will auch mit mir reden. So, komm. Zack. Fortsetzen. Hey, Kumpel. Ach du. Du willst mit mir reden, ja? Du? Jackel? Was ist denn, Jackel? Der Stein will mit dir reden. Wenn man es so nennen kann. Wahrscheinlich geht es um den Ring. Welchen Ring? Oh. Hat dir niemand davon erzählt? Die Männer nennen ihn Ring des Bacchus. Ist ja etwas wie ein Spiel. Kuno hat ihn uns gegeben. Er ist nicht viel wert. Aber in der Schenke darf sein Besitzer auf Kunos Kosten so viel fressen und saufen, wie er will. Deswegen versuchen wir, ihn uns gegenseitig wegzunehmen. Naja, ich nicht, die anderen. Ich darf nicht mitspielen. Kuno sagt, ich bin zu jung zum Saufen. Klingt nach einer Menge Spaß. Aber ich habe den Ring nicht. Warum will der Stein mich sprechen? Wahrscheinlich will er, dass du ihn jemandem stielst. Du bist neu hier. Und die anderen sind dir gegenüber nicht misstrauisch. Gut. Ich werde mit ihm reden. Ach, nur bei Schnellreisen, die Wanderer? Ähm. Das habt ihr nicht gehört? Da war kurz der Ton weg. Er hat meine Mutter beleidigt. Erzähl mir etwas über dich. Hey, Jackel. Magst du mir etwas über dich erzählen? Du suchst wohl Freunde, was? Sicher, Heinrich. Was willst du denn wissen? Wieso bist du hier gelandet? Wie bist du bei Kuno gelandet? Oder so. Tja, früher war ich Bäckergehilfe in Prag. Aber die anderen beschimpften mich unentwegt und ließen mich nie in Ruhe. Manchmal wurde ich sogar verprügelt und ausgeraubt. Um mein Geld zu kommen, suchte ich die Schenkel gegenüber auf und unterhielt die reichen Gäste mit Witzen und Narrenspielen. Manchmal warf mir jemand einen halben Groschen zu. Eines Tages tauchte Kuno dort auf und wir kamen ins Gespräch. Als ich über den ganzen Mist in der Bäckerei jammerte, bot er mir an, mich aufzunehmen. Oh, du warst sicher froh, von dort wegzukommen. Ja, allerdings lässt man mich hier auch nicht in Ruhe. Immer heißt es, Jackel, komm her. Jackel, mach dies. Jackel, hol jenes. Bist schon besser als in der Bäckerei. Aber hier bist du doch sicher besser dran als in der Bäckerei. Nein. Das Schlimmste, was mir in der Bäckerei gedroht hat, war Raufhandel. Mein Leben war nicht in Gefahr. Aber hier, wenn die Gebrüder Bärmein betrunken sind, hilft nur noch beten. Warum wurdest du in der Bäckerei schikaniert? Warum hat es ausgerechnet dich erwischt? Eigentlich werden Schüchterne schikaniert. Trifft nicht wirklich auf dich zu. Vielleicht nicht mehr. Hab mich mittlerweile geändert. Ach, warst du schüchtern? Gerade meintest du noch, du hast in der Schenke die Gäste belustigt. Na schön, ich sag dir die Wahrheit. Ich war ein Waisenkind, das war der Grund. Der Pfarrer des Kollegiatsstifts St. Apollinaris in Prag fand mich an einem Wintermorgen in der Kirche. Erst lebte ich in Pfarrhäusern und später dann auf der Straße. Verstehe. Muss hart gewesen sein. Es ist immer noch, das sag ich dir. Was denkst du über die Sache mit Herrn Hagen-Zuhl? Zuhl? So etwas behalte ich für mich. Aber da du der Einzige bist, den meine Meinung interessiert, sag ich's dir. Ich denke, Ratzig macht einen großen Fehler. Ich bin zwar kein alter Hase, aber schon lange genug dabei, um zu wissen, dass man einen Söldnern nicht um etwas bitten sollte, ohne zu bezahlen. Moment, was willst du damit sagen? Ach, vergiss es. Ist nur so ein Gefühl. Wenn Kuno das gehört hätte, gäbe's jetzt riesen Ärger. In Ordnung, lassen wir das. Da haben wir doch schon die erste Spur. Zur wahren Geschichte. So, ähm... Von wem sollte ich jetzt den Ring holen? Warte mal. Mit Stein. Stein ist da, einer von denen. Der hier vorne. Der sonst nix sagt, ne? Ne, das ist Kuno. Achso, ich hab die Quest nicht aktualisiert. Moment. Zu viele davon. So. Ja, ist er da, da, da. Ah ja. Ah ja. Guckt aber schon grad keiner, oder? Ich, ich will nur skillen. Ah, Stein ist da oben auf dem Stein. Okay, passt. Dann quatsch mal erst mal mit den anderen. Sag mal, Jacke. Tut das eigentlich weh, wenn du im Boden sitzt? Bei ihm frage ich mich schon gar nichts mehr. Gut, ähm... Er lebt wieder. Der Fieder. Schön. Der ist doch bei der Mission umgekommen eigentlich, ne? Aber, aber gut. Und ich glaub, der will wöfeln. Wie bist du hier gelandet? Leider kann man sich seine Gefährten nicht immer aussuchen. Da hast du wohl recht. Aber wie hat sich das bei dir ergeben? Ich würd's dir ja gerne sagen, aber Kuno besteht darauf, dass es unter uns bleibt. Und ich halte mich an Abmachungen. Oh. Aber... Kuno meinte, du bist derjenige, der darauf besteht. Tatsächlich. Bist du dir wirklich sicher? Das musst du falsch verstanden haben. Das glaube ich nicht. Oder... Ach, lassen wir das. Wo... Wo hast du vorher gelebt? Was hast du gemacht? Hab vorher in einer Stadt gewohnt. Damals hab ich meine Groschen ganz anders verdient. Hm, andererseits... So anders war es vielleicht gar nicht. Wenn du verstehst, was ich meine. Ehrlich gesagt hab ich nicht den Hauch einer Ahnung. Du plauderst nichts frei heraus, was? Ich? Bin doch ein offenes Buch. Frag mich irgendwas und ich werde dir ehrlich antworten. Na los! Ah, vielleicht ein andermal. Mir dreht sich schon der Kopf. Wie du meinst. Schade. Nichts erheitert die Seele mehr als ein Gespräch. Oder ein Würfelspiel. Was denkst du über die Sache mit Herrn Hagen-Zuhl? Ich denke, du und Herr Ratzig, ihr könnt froh sein, dass Kuno sich darum kümmert. Solche Angelegenheiten liegen ihm. Ach ja? Wie das? Für Bastarde wie Hagen-Zuhl braucht man Mut und einen scharfen Verstand. Beides zusammen gibt's nicht oft. Doch Kuno gehört zu den seltenen Ausnahmen. Ich hörte, du würfelst gern. Volle Böhre. Ähm... Shit, welche hatten wir? Wir hatten auf jeden Fall den himmlischen. Ungerader, wie zum Beispiel eine 5. Glückswürfel. Glückswürfel. Schrumpf. Ich glaube, wir hatten komplett... Ja? Wir hatten irgendwie nur Gezinkte. Oh, jetzt geht nicht mehr. Okay. Heiliger Georg, führe meine Hand. Die haben die Steuerung geändert, oder? Warte, ist das jetzt eine 1 oder nicht? Ne, ein Joker ist das. Das ist ein Joker-Würfel, lol. Äh... F war das. Ja, moin. Gut. 800, erste Runde. Warum nicht? Er hat nur... Er hat nur zwei Gezinkte? Hm. Aber jetzt wird's was. Ja, hat er sogar recht gehabt. Bin fertig. Alles klar. Oh, das sieht doch schon mal gut aus. Gewonnen! Scheiße! 5 Einsen. Krass! Gut, äh... Wieder Jacke, äh... Baumler. Kannst du mir etwas über dich... Was willst du denn wissen? Ich stund, dass er überhaupt redet. Warum nennt man dich Baumler? Weil Kuno mich mit einer Schlinge um den Hals gefunden hat. Ah! Ha! Verstehe. Er hat dich vor der Hinrichtung bewahrt. Zumindest kam es einer Hinrichtung sehr nahe. Ich war damals ein Knappe des Herrn von Busitz. Ein gestandener Ritter war das. Mit Idealen und Ehre. Ich hab zu ihm aufgesehen. Eines Tages starb er im Kampf. Und mich nahm angefangen. Sie stellten mich gefesselt an ein wackeliges Holzkreuz. Und legten mir eine Schlinge um den Hals. Zur Belustigung. Dann ritten sie lachend davon. Wie lange standest du so? Kann ich dir nicht sagen. Stunden. Vielleicht Tage. Irgendwann wurde mir schwarz vor Augen. Ich spürte, wie der Teufel an meinen Beinen zog. Oh mein Gott! Wie hast du das nur überlebt? Habe ich nicht. Als Kuno mich fand, war ich angeblich mausetot. Sie schnitten die Schlinge ab und legten mich hin. Dann bekam ich einen Tritt. Hustete und war zurück unter den Lebenden. Was denkst du über die Sache mit Herrn Hagen-Zuhl? Hi, Bombe. Hagen-Zuhl? Wer ist das? Der Räuber-Baron, der Herrn Ratzigs Ländereien plündert. Hat Kuno nichts erzählt? Hat er. Aber wer kann sich das schon merken? Zuhl, Ratzig, Sokol, Hinek von Krawarn, Wenzel, Siegesmund. Das geht zum einen Ohr rein und zum anderen wieder raus. Irgendwo hinreiten, töten, saufen und dann schlafen. Ach, und wenn man Glück hat, regnet's dabei nicht. Das war's. Das würfeln immer eine Freude, besonders wenn man die besten gezinkten Würfel hat und einen besonderen Skill hat, der Gegner so wenig Chance hat, dass sie einem diese fast leidtun können, dass man ihren sämtliche Groschen abziehen kann. Besonderer Skill. Ah, vermutlich hier bei Taschendieb, ne? Irgendwas. Ah, geil. Ähm... Kuno. Wisst ihr, was mir auffällt? Alle aus der Truppe, außer Kuno selbst und ich, tragen so ein Abzeichen auf der Schulter von der Truppe. Ah, Familie Reichwaldau. Genau, da war ja noch was. Ich sagte, die Reichwaldauer seien verarmt. Wie ist das passiert? Es gibt unzählige Wege zu verarmen. Vor allem dann, wenn dein werter Vater ein Narr ist und deine werte Mutter eine Verrückte. Oh. Aber das ist eine lange Geschichte. Wir nahmen den Namen von Burgreich Waldau an, wenn gleich sie dem Orden der armen Klarissen von Tainitz gehörte. Und wir sie nur pachteten. Mein Vater kannte die Äbtissin von klein auf. Und zwar sehr gut. Es heißt sogar, sie musste dem Orden beitreten, weil ihre Familie gegen eine Hochzeit mit meinem Vater war. Jedenfalls verbrachte er recht viel Zeit in Tainitz. Vielleicht für private Bibelstunden oder doch eher für das ein oder andere Schäferstündchen. Mhm. Mhm. Pfff. Oh. Hinter ihr brannten auch der Stall, die Wirtschaftsgebäude und der Turm. Und sie stand einfach nur da, kreischend und lachend. Gott! Das klingt ja nach dem reinsten Albtraum. Ein Albtraum war es auch, glaub mir. Meine Schwester Adela, einigen Bediensteten und mir gelang die Flucht aus dem Flammenmeer. Aber mein Vater schaffte es nicht. Mein kleiner Bruder auch nicht. Der Arme war ein Blieben. Nach dem Brand waren meine Schwester und ich obdachlos. Mein Vetter, Adam von Drewitsch, nahm uns bei sich in der Burg auf. Er bot mir an, die Überreste unseres Besitzes zu kaufen und mir eine kleine Festung nahe Arrakonitz zu veräußern. Wir waren erleichtert. Mit einem Schlag gab es für uns wieder Hoffnung. Ich erzählte meiner Schwester davon. Und das war der größte Fehler meines Lebens. Eine Woche später sagten mir die beiden, dass sie heiraten werden. Und das, was wir noch übrig hatten, Land, Wälder, Dörfer, drohte so zu Adelas Mitgift zu werden. Aber die Entscheidung oblag doch dir. Schließlich warst du der Kopf der Familie. Das schon, aber ich war noch nicht einmal 17 Jahre alt und hatte doch fast nichts mehr. Natürlich stritt ich mit ihnen, was für sie ein guter Grund war, mich auch noch aus Drewitsch zu verjagen. Wie kaltherzig. Wem sagst du das? Doch ich beklage mich nicht. Wie sagte mein Vater so schön? Mit stetem Fleiß und Geschick findet ein jeder sein Glück. Ich bezweifle, dass er ahnte, wie oft ich daran denken würde. Wie ich hörte, stehst du in Herrn Ratzigs Schuld. Wie ist das passiert? Das war Schicksal, Junge. Einst kam es zu einem Konflikt zwischen den Herren von Schallenberg und der Stadt Kulin. Irgendein Handelsstreit. Und ich kämpfte auf Seiten der Schallenberger. Als es Friedensverhandlungen zwischen beiden Seiten geben sollte, ritt ich mit einer Delegation nach Kulin. Unterwegs machten wir bei einer Schenke halt und dort traf ich Ratzig Kobilla. Bereits auf den ersten Blick war mir klar, dass er von meinem Schlag ist. Ein sympathisches Raubein mit Herz und Verstand. Die ganze Nacht verbrachten wir mit Trinken und Reden. Am Morgen brachten wir dann mit dickem Kopf, aber guter Laune auf und reisten gemeinsam, da er auch unterwegs nach Kulin war. Doch als wir das Stadttor erreichten, wurde ich sogleich festgenommen. Die Bürger waren wohl nicht gut auf mich zu sprechen, da ich sie ein halbes Jahr lang geärgert hatte. Andererseits war ich Teil der Friedensdelegation, also hätten sie mich eigentlich nicht einmal schief ansehen dürfen. Und dann verstand ich, warum Ratzig dort war. Kulin ist eine Königsstadt und er kam, um des Königs Interessen zu vertreten. Verstehe. Er stand auf der anderen Seite. Genau. Ich landete im Kerker und erfuhr einige Tage später, dass die Schallenberger mit den Bürgern der Stadt eine Übereinkunft getroffen hatten. Und Teil davon war mein Kopf auf dem Silbertablett. Wäre Ratzig nicht gewesen, hätte mein Leichnam sicher an den Zinnen der Stadtmauer gebaumelt. Er mochte mich und verstand, dass das ein mieses Spiel war. Daher warnte er sich mit Erfolg an den Stadtrat. Glück gehabt. Oh ja. Ich verdanke ihm mein Leben und werde das nie vergessen. Er bat mich schon zweimal um Hilfe. Und ich werde ihm auch dieses Mal helfen. Das erste Mal würde mich gerne interessieren. Eine Frage zu deinen Männern. Frag ruhig. Jacke. Was ist mit Jackel? Jackel? Der Junge bringt mich noch ins Graf. Man muss streng mit ihm sein. Sonst hat er nur unseren im Kopf. Aber irgendwie mag ich ihn. Wie einen Sohn? So nun auch wieder nicht. Aber ich habe keine Familie. Und im Gegensatz zu den anderen Benausen ist er ein guter Junge. Aber du zeigst es ihm nicht. Und die anderen sind auch nicht zimperlich. Ein junger Mensch braucht Führung. Einst war ich wie er und mir erging es auch so. Wenn wir nichts tun, haben wir bald einen dritten Bärmann. Wer will das schon? Ha. Fürwahr. Zwei davon sind genug. Ja, ein junger Mann braucht Führung. Aber Zuneigung auch. Weil Führung heißt nicht gleich Strenge. Führung heißt nur die Richtung zu weisen. Die Gebrüder Bärmann sind recht grimm. Ja, das sind sie. Sie sind genauso ruppig wie ein... Nun ja, Bär. Bär. Und wenn ich befehlen würde, dich aufzuspießen, würden sie es auf der Stelle tun. Gott bewahre! Gut, vorher müssten sie sich noch einig werden, wer die Sache übernimmt. Aber sie sind so folgsam wie Jagdhunde. Getreue Haudegen, die zwei. Zuverlässig. Solange sie nicht zu viel saufen. Dann kann man sie nicht unter Kontrolle halten. Tja, jeder hat Makel. Was kannst du mir über Stepan sagen? Fieder? Ein listiger Fuchs, der stets gute Ideen hat. Wie kam es, dass er sich euch anschloss? Nun, sagen wir so. Er war zur rechten Zeit am rechten Ort. Du wirst merken, dass er das gut beherrscht. Was ist denn geschehen? Wenn ich dir das sage, missbrauche ich sein Vertrauen. Tut mir leid. Oh, jetzt bin ich neugierig. Vielleicht sollte ich ihn selbst fragen. Sicher, nur zu. Fieder ist sehr gesprächig. Er rückt nur nicht mit den Tatsachen raus. Was ist mit dem Stummen? Wie ist er bei euch gelandet? Der Stein? Ach, der ist einfach mitgekommen. Das ist alles? Ja, das ist alles. Wir ritten von Ulmitz zu einer Burg hinter Glatz, als wir auf ihn und andere Reisende trafen, die entlang des Weges Rast machten. Und wie es halt so ist, gesellten wir uns zu ihnen und tranken ein wenig. Dann reisten wir gemeinsam weiter. Denn je mehr man ist, desto sicherer. Ich weiß nicht, ob mich das dazu bringen würde, mit euch zu reisen. Wir haben vielleicht Dinge getan, auf die ich nicht stolz bin. Aber Reisende sind selbst für mich tabu. Jedenfalls verließen uns die anderen nach und nach. Einer in Mohelnitz, einer in Schönberg und der Rest in Glatz. Aber der Stein blieb. Die ganze Reise über. Meine Männer fragten ihn mehrmals, was er denn vorhat. Doch er sagte kein einziges Wort. Als wir uns Bartzdorf näherten, befahl ich den Männern, ihn loszuwerden. Ich hatte Wichtiges in der Burg zu erledigen und wollte keine Fremden dabei haben. Stefan versuchte ihm gut zuzureden, aber er blieb einfach wie versteinert auf dem Sattel. Und seitdem heißt er eben so. Dann versuchten die Gebrüder Bärmann, ihn vom Pferd zu holen. Er schlug Jan mit einem Tritt ins Gesicht bewusstlos. Und dann Peter am Boden mit einem Forstschlag. Tja, wer dazu imstande ist, den sollte man nicht wegschicken. Und er blieb. Warst du nicht in Sorge, weil da nun ein Fremder bei euch war, der nicht ein Wort von sich gab? Nein, denn wer nicht reden kann, plaudert auch nichts aus. Es gab schon Schlimmere. Und ausgerechnet der Typ will jetzt mit mir reden, wegen der Geschichte mit dem Ring? Die verarschen mich doch. Das ist so ein Streichdienstespiel, so eine Art Feuertaufe. Was kannst du mir über Baumler sagen? Einen feineren Kerl hatte ich nie an meiner Seite. Er redet nicht viel, aber dafür lauscht er aufmerksam wie ein Hase. Dem entgegen nichts. Ist er dein Speer? Nicht nur das. Es kam bereits mehr als einmal vor, dass ich eine Vereinbarung getroffen hatte und Baumler mir sagte, dass die Sache stinkt. Fast jedes Mal hatte er recht, weil es letzten Endes nur darum ging, mir in den Rücken zu fallen. Hm. Patrouille muss warten. Stefan. Ah, ich habe keine Antwortmöglichkeiten mehr, okay. Äh, Trinkwächtigkeit hast du gemeint, sollte es sein, ja? Oder mal reinglucken. Äh, reinglucken vor allem, ne? Äh. Oh, ich könnte also Dauerstrahle sein, um besser zu zielen. Gut zu wissen. Hm. Hm. Also bei Trinkfestigkeit habe ich jetzt nichts gefunden, Neo. Ja, genau. Kannst mir einfach Bescheid geben. Bist ja gerade im Spiel. Hast dich schön anstecken lassen von mir. Hervorragend. Misse Tat begangen. Oh, du bist ja einer der Bärmanns, ne? Ja, der Pieter. Erzähl mir etwas über dich. Was willst du denn wissen? Oh, Leute, ich habe gerade so einen Hänger. Ich bin so extrem müde gerade. Du und Jan, wie seid ihr bei Kuno gelandet? Wie seid ihr in Kunos Bande gelandet? Seit wir klein sind, sind mein Bruder und ich mit Söldnern unterwegs. Was denkst du über die Sache mit Herrn Hagen-Zuhl? Ich mache mir Sorgen, dass Kuno Hagen unterschätzt. Ich war mit beiden bei der Belagerung von Lanzenbach und weiß das eine oder andere. Hagen verhält sich wie ein Adliger. Wie diese Ritter, die von Ehre schwafeln. Für Kuno sind sie normalerweise nichts weiter als Lämmer auf der Schlachtbank. Aber Hagen ist kein Lamm. Er ist durch und durch ein kaltblütiger Wolf. Ich sehe gerade der Bärmann hier, der Pieter. Der hat nicht das Abzeichen auf der Schulter. Das muss einen anderen Hintergrund haben und nicht unbedingt... Warum ist das jetzt noch mal der Text? Nicht unbedingt mit der Söldnerbande hier. So, wo ist der andere Bärmann? Da oben ist ja Stein gewesen. Da ist noch einer. Oh, und ein Wanderer wieder mal. Hallo! Gott, schütze dich. Lebe wohl. Nee, das ist Jacke. Boah! Verändert die einfach ihre Position? Die spinnen wohl. Wie soll ich die Sosen anhalten? Ein junges Eheweib ging mit ihrem Ehemann spazieren. Als sie Schafe auf der Wiese sahen, die von Widdern besprungen wurden. Das Weib fragte sich, warum manche Schafe besprungen werden, manche nicht. Da antwortete ihr Mann, furzt ein Schaf. Wird es von einem Widder besprungen. Verstehe, sagte das Weib. Ist das bei uns Menschen auch so? Ihr Mann scherzte, ja, ist es. Daraufhin ließ das Weib einen lauten Furz. Tja, was sollte er nun tun? Was gesagt war, war gesagt. Also besprang er wie ein Widder sein Weib. Sie gingen weiter und wenig später ließ sein Weib einen noch lauteren Furz. Also musste er es erneut mit dir treiben. Kurz darauf furzte sie abermals. Und das so laut, dass die Vögel davonflogen. Da sagte er, oh nein, nein, nein. Du kannst nicht erwarten, dass ich es dreimal bringe. Sein Weib antwortete, wenn du so gut vögeln könntest, wie ich furze, hätte einmal gereicht. Alles klar. Kannst du mir etwas über dich hätten? Warum nicht? War schon eine Zeit lang nicht mehr bei der Beichte. Auf dich, Matthias. Kann gerade nicht raus haben, Moment. Zack. Und so rum wieder rein. So, wie bist du denn hier gelandet? Wie bist du bei Kuno gelandet? Ich und mein Bruder haben schon immer so gelebt. Haben für Geld gekämpft, seit wir alt genug sind, ein Schwer zu tragen. Letztes Mal waren wir mit einem Lombarden namens Coligny unterwegs, in ganz Bayern und Österreich. Aber jetzt nicht mehr? Gab es Streit? Nee. Wir wollten nur wieder zurück nach Böhmen. Wenn keiner ein Wort von dem versteht, was du sagst, ist das alles ziemlich trostlos. Sind auf jeden Fall beide sehr gesellig, ne? Ihr scheint euch sehr nahe zu stehen. Wir sind schließlich Brüder. Ehrlich gesagt, hätte ich nicht gedacht, dass ihr beiden dieselbe Mutter habt. Klar haben wir dieselbe Mutter. Ich habe keine und dieselbe ist auch seine. Hahaha. Das gilt auch für unseren Vater, der gewiss der Teufel ist. Oh. Ich bin verwirrt. Ihr seid gar keine Brüder? Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Ein Söldnerhaufen fand uns in einem Dorf, als ich noch ein Säugling war und Petr kaum laufen konnte. Das spielten wir gerade im Dreck. Ihr Anführer sah uns und schloss uns wohl ins Herz. Er nahm uns mit und zog uns dann groß. Unser Spielzeug waren Schwerter und statt Milch gab's Bier. Ein paar Jahre später fand er in Sachsen den Tod. Die Bande zerfiel und wir schlossen uns nach anderen an. So machen wir das nun schon seit vielen Jahren. Ihr beiden hattet noch nie, ähm... Ein normales Leben? Wir reiten von Kampf zu Kampf, riskieren unseren Kopf und töten, wenn wir für Geld töten sollen. Tag ein, Tag aus. Immer zu. Er hat das Symbol, aber auf der rechten Schulter. Da steckt irgendwas hinter. Bei Agilität ist das mit dem Dürfeskir. Okay, guck ich gleich mal. Wartet mal kurz. Ja. Mein dicker Arsch kann heute schon wieder nicht so still sitzen und deswegen verrutscht meine Unterlage. Ja, eigentlich nur dazu da ist, dass die Kunstleder nicht zerkratzt. So, äh, Hagen-Zuhl. Was denkst du über die Sache mit Herrn Hagen-Zuhl? Ist alles ziemlich kompliziert, das sag ich dir. Die Zuhls sind unter uns Söldnern bestens bekannt. Hagen und seine zwei Brüder kämpften in den Margrafenkriegen. Darauf kann man sich schon was einbilden. Andererseits haben sie ihre Schwächen. Zum Beispiel? Sie benehmen sich immer noch wie mächtiger Blaublöter. Kuno macht das Gott sei Dank nicht mehr und ist wie einer von uns. Denkst du, Hagens Männer stehen nicht hinter ihm? Sie tanzen eher nach seiner Pfeife, als für seinen Banner zu kämpfen. Wenn du verstehst, was ich meine. Ja, ich weiß, was du damit meinst. Leo, ich hab immer Homen im Hintern. Kann nicht lange still sitzen. Das geht mir zu sehr auf dem Rücken oder auf die Arschbacken. Muss halt immer die Position wechseln. Ist auch gesünder, eigentlich. Für den Rücken, wenn du halt regelmäßig die Position wechselst. Ja, dann lassen wir uns mal verarschen, wa? Was sagt der Hunger? Der Hunger sagt, wir brauchen noch zwei Hunger mehr. Na dann wollen wir doch mal mit dem Typen, der nicht reden kann, reden. Moment! Warum ist Baum da jetzt hier oben? Ach, da ist er ja. Jackel hat mich geschickt, wegen irgendeinem Ring. Ich schätze mal, ich soll ihn jemandem stehlen? Wer hat ihn? Baumler. Der hier aber gar nicht doch da. Hat Baumler den Ring? Hm. Ah. Nun gut. Wie soll ich das anstellen? Wenn du wüsstest, wie ich am PC sitze, würdest du sagen, ich wäre bekloppt, dass ich finde, so zu sitzen ist bequem. Lass mich raten, du sitzt dann ungefähr so da. Mit Arsch schon fast... So, mit Arsch schon fast runter von der Sitzfläche. So, warte mal, jetzt seh ich aber gerade, das Symbol ist auch da oben auf dem Zelt. Aber Heinrich, bist du gerade ernsthaft nicht über den Baumstamm drüber gekommen? Wow. Warte mal. Baumler ist doch da oben. Schon wieder? Ich hab dich das letzte Mal schon verprügelt. Ach so, ja gut, das geht auch, Neo. Das kann man auch machen, ja. Aber nicht lange. Also mir würden da irgendwann die Füße einschlafen. So, in Ordnung. Faustkampf? 200, ein paar, sagt er. Ah, er hat das Symbol unten am Gürtel, hab ich gerade gesehen. Was ist los? Komm schon! Was denn? Hä? Was? Wie hast du mich genannt? Alles klar. Aua. 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 So, lass mal hier Waffentest machen. So, hier bin ich schon mal... Nee, der Verstärketest, Robin. Der Verstärketest. So, Waffentest. Okay, er ist besser als ich in Waffen, okay? Auf de Birne, Junge. Auf de Birne. Aua. Warum kriege ich denn immer diesen Konterschlag nicht abgewehrt, wenigstens? Und nochmal auf de Birne. Wo, wo, alles klar. Er hat gutes Timing gehabt gerade. Oder ich einfach nur Schlechtes. Genau diesen. Wenn er blockt und dann zuschlägt, den kriege ich nie abgewehrt. Aua. Jetzt ist doch ein Jutbaum da. Beruhig, beruhig. Es geht bloß um den Ring. Nicht um dein Leben. So. Alles klar. Au. Au. Wo zum Geier? Schon wieder mein Schwert hin? Alles klar. Ich hab Blut-Unschaden. Wird nicht lange dauern. Meinst du? Aua. Ha. Nicht schlecht. Ich geb den Ring nur ungern her. Naja, wenigstens sauf ich mich da nicht tot. Pass auf, dass man ihn dir nicht klaut. Mach ich. Hab Dank. Michi, grüß dich mal lieber. Habt dich schon gesehen? Alles klar, Großer. Ich war generell erstaunt, dass du schon da warst, als ich angefangen hatte zu streamen. Ja, alles gut. Ist ja alles ganz lieb hier heute, Michi. Gaffa hat auch schon ein paar, ein, zwei Bots rausgeschüttet müssen. Alles ganz gut. Leute, macht das mit dem Rauchen nicht nach. Sowieso ungesund und teuer. Ich hab mal extra Emot dafür. Ah, Blutung ist weg. Ach, okay. Äh, nee. Hier brauch ich und da... War das der? Nee. Ringeblumen brauch ich. Genau, 30 Lebenspunkte. Die reichen. Kampf und Schwert gespielt. Nice. Ja, wenn man angreift. Begriffsketten beherrschen würde, ne? Wenn man das beherrschen würde. Aber was mir jetzt aufgefallen ist, jetzt im Kampf gegen ihn, waren die Zeitfenster wirklich ein Slow-Mau. Stellenweise. Ob nun ausweichen, Konter oder selber zuschlagen. Bei der Garde vorhin von Thallenberg, da war das nicht. Ja, das ist bestimmt schwer, ja. Das ist bestimmt schwer. Zwei streamen das selber und einer was anderes. Aber der Cookie war vorhin da. Und vielleicht ist er ja auch regelmäßig jetzt mittwochs da. Ich hab's ihm schon angeboten, dass er sich das überlegen kann. Es geht ja bloß um Mittwoch dann. Und nochmal, Verstärkung ist ja mehr oder weniger unterwegs. Mit was hat er geschrieben, dass er seltener kann? Hat er es vorher noch geschrieben? Oh, das hab ich überlesen. Na gut. So, Raserei. Schwierig verwundet bin, desto wirkungsvoller sind deine Angriffe. Das mit der rostigen Klinge habe ich ja so gut wie nie. Ich achte ja immer darauf, dass die schön scharf ist. Angriffskette kriege ich eigentlich so gut wie nie hin. Wenn, dann nur durch Zufall. So. Schwertkunst. Ja gut. Ist dann halt jetzt so ein Ding hier. Wo ich eh keine kurze Waffe für nehme. Ich hab da bloß Langschwert dann. Und das möchte ich auch beibehalten dann. Und nur bei bestimmten Gegnern auch eine bestimmte Waffe ziehen. Was wollte ich jetzt noch nachgucken? Inventar. Rüstungen? Natürlich. Dann Gefährte. Rüstungssets noch mal. Inventar packen. Da muss ich jetzt nicht extra wieder zurückreiten dafür. Das sind Schmiedesets, Robin. Aber ja. Geil. So. Sonstiges. Benutzen. Und gelevelt. Super. Was? An Fertigkeitspunkte? Ja. Reparieren. Oh. Michi, warum sollte Gotha jetzt das Voice von Fenrir nehmen? Bei Fenrir und was los? Was Schlimmes? Nee, ne? Nee. Er guckt ja trotzdem bei Fenrir zu. Und wenn irgendwas sein sollte, kann er ja mit zwei Mausklicks rein. Ach so meinst du das? Den Stream hören. Das macht er ja immer im Wechsel. Ja. Genau. Alles irgendwie gut. Weißt aber auch in Zukunft immer Sets kaufen, ne? Anstelle von selbst reparieren. Äh, anstelle von reparieren lassen. Ja, ja. Verstehe jetzt. Verstehe. Michi, verstehe. Ja. Ich nehme erst mal das hier. Dann skinnen wir weiter. Jut. Sind wir jetzt so durchgängig durchrepariert? Oder ja, noch nicht so. Nee, Schneider-Sets fehlen mir noch. Und da habe ich die immer alle mitgenommen. Ach so, siehst du. Das kann wieder weg. Das kann weg. Oha. Pfff. 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 Ja, ja. Mitgenommen, meinte ich ja, Neo. Mitgenommen, ne? Mitgenommen. Äh, wie spät ist es denn? Wird schon wieder Abend. Ersten Tag hier vergondelt. Ihr habt da auch jemanden zum... Ja, ihr habt einen Schneider. Oder der Schmied hier? Was habe ich mir da oben eigentlich markiert gehabt? Damals. Warum kann ich nicht weiter raussuchen? Ach so, weiter ging es nicht. Ich habe da irgendwo einen Marker gesetzt. Wo ist denn der hin? Da. Das war eine Schatzkarte. Okay. Ja, ja. Ausleihen klappt immer. Jut, Robin. Wir reiten einfach nach Norden. Die müssen wir reparieren. Oh. Ich hatte Caps gedrückt. Loll. Ach, deswegen hat der die Waffe weggesteckt. Kann das sein? Warte mal. Dann machen wir mal den hier. Und Caps. Nee. Genau. Ich finde nur zufällig Sachen, bevor sie andere verlieren. Genau. Michi, das ist sehr gut. Ich staune gerade, dass du nochmal für mich sprichst. Und nicht gegen mich. Ja, ich kann wirklich nichts dafür. Ich finde sie einfach so und rette sie lieber, bevor andere sie verlieren. Aber nee, was hat man eigentlich gesagt? Das sind geheime Auftragsentrümplungen. Ich bekomme immer vor jedem Stream heimlich Zettel zugesteckt von geheimen Leuten, die nicht genannt werden möchten. Und die haben mich halt beauftragt, die Sachen umzuräumen. Also das ist meistens von den Händlern. Weil denen bringen wir es ja dann auch. Das soll halt nur für eine Weile verschwinden. Wegen der Steuerverhandlung. Das soll machen. Das soll Although Game pantsen. Das soll einfach so sein. Ok. Und das soll dein da.